Freudiges Ereignis an der Côte d'Azur. Hier bringt die Orka-Dame Wiki ihr erstes Kind zur Welt nach stolzen 18 Monaten Schwangerschaft. Der südfranzösische Freizeitpark Marienland hat das seltene Ereignis mit Kameras festgehalten. Wiki kann dafür das laut Marienland größte Becken Europas nutzen. Mit einem Mal wirkt es, als würde dem mächtigen Muttertier eine zweite Schwanzflosse wachsen, unterhalb des Bauches. Immer deutlicher wird zu sehen, dass hier ein kleines Schwertwallbaby auf die Welt kommen will. Schließlich haben Wiki und ihr Kind es geschafft. Nach anderthalb Jahren unter der behutsamen Aufsicht von Pflegern und Tierärzten. Das Orka-Mädchen ist für menschliche Verhältnisse riesig. 150 Kilo schwer und fast zwei Meter lang. Wiki ist selbst in dem Marienland zwischen Nizza und Cannes geboren. Schwanger wurde sie durch künstliche Befruchtung. Im Rahmen eines internationalen Programms, das Inzucht unter den in Gefangenschaft lebenden Schwertwahlen vermeiden soll. Stundenlang ziehen Mutter und Kind nun gemeinsam ihre Bahnen. Das Showprogramm werde angepasst, so versichert Marienland. Um einen Namen für das Orka-Mädchen zu finden, sammelt der Freizeitpark Vorschläge von Schwertwallfans aus aller Welt. Zumindest von denen, die nichts dagegen haben, die großen Meeressäuger in Gefangenschaft zu halten.